Wir sind mit einem Siegesgefühl ins Gefängnis gegangen. Das hat uns am Leben erhalten, sagt Nelson Mandela bei einem Fernsehinterview im Rückblick auf seine 27 Jahre Gefangenschaft in Robben Island. Leider ist dieser erfolgreiche Anti-Abartheid-Kämpfer Südafrikas in diesen Tagen am 5. Dezember verstorben. Er hat im Gefängnis vertraut, zusammen mit seinen Mitaktivisten, dass sie Erfolg haben werden. Und ich denke, das hat ihnen wohl auch ein gewisses Stück an Gelassenheit und Geduld gegeben. Und ich sehe, dass Nelson Mandela geprägt war von seinem christlichen Glauben. Und ich bin überzeugt, dass er wohl auch von daher besondere Motivation bekommen hat, sich für die Rechte der Schwarzen einzusetzen und für eine Versöhnung in der Gesellschaft. Wie Nelson Mandela möchte auch ich dazu beitragen, dass diese Welt ein Stück friedlicher wird. Und wie er möchte ich das geduldig und siegesgewiss tun, auch im Vertrauen darauf, dass Jesus auf uns zukommt, um uns dabei zu helfen. Und ich möchte jetzt ganz besonders in diesen Tagen des Advents mich neu auf dieses Vertrauen einüben. Zu vertrauen, dass er in dieser Zeit verborgen kommt, um uns Ideen zu geben und uns seinen Geist zu geben, an einer gerechteren Gesellschaft mitzuarbeiten. Dabei denke ich auch an das Wort des Apostels Jakobus, der damals an die Christen geschrieben hat, Brüder und Schwestern, haltet geduldig aus bis zur Ankunft des Herrn.